Die NATO-Minister Die NATO-Minister Die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Es schreien die US-Strategen, hört, hört ihr's nicht? Sie schreien nach neuen Raketen, hört, ja hört ihr's nicht? Vom Rhein wird mit Abschreckungslärm gedroht, mit Superwaffen, Neutronen und Tod. Das ist die moderne Inquisition gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter bauen fester die Waffen, heut ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher, Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Aus Washington schreit es Sanktionen, hört, hört ihr's nicht? Embargo Bestrafungsaktionen, hört, ja hört ihr's nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit, sie sind für Profit zu allem bereit. Es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter bauen fester die Waffen, heut ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher, Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Und fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein.